Musik Jo, was geht Leute, T.E. Microsoft hier und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen ganz normalen Gegenstandsrahmen so groß wie eine Seite eines Blocks machen könnt. Was ihr dafür braucht, ist einmal eine Werkbank, außerdem braucht ihr noch einen Gegenstandsrahmen, 8 Papiere, eine leere Karte und einen ganz normalen Stein oder Block, den ihr halt benutzt, wo ihr den Gegenstandsrahmen dann draufsetzt. Außerdem braucht ihr noch ein fertiggestelltes Nether-Portal. In dem Nether setzt ihr dann die Werkbank. Ich habe das hier jetzt schon gemacht. Dann öffnet ihr einmal die leere Karte und jetzt müsst ihr euch merken, diese Karte, die ihr geöffnet habt, ist jetzt unten in der Leiste in meinem vierten Feld. Ich ziehe jetzt diese Karte hier oben in die Mitte dieses Feldes und die 8 Papiere setze ich dann hier außenrum, damit dann eine verbesserte Karte entsteht. Jetzt dürft ihr diese Karte nicht in das vierte Feld setzen, bei mir ist es jetzt nämlich das vierte Feld, weil ihr müsst es jetzt in ein Feld setzen, wo ihr die Karte nicht anschaut. Wenn ich sie jetzt in das vierte Feld setzen würde, würde ich sie sofort anschauen, aber das soll man ja nicht. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach wieder zurück in die ganz normale Welt und öffnet diese Karte. Wie ihr seht, ist diese Karte vollkommen leer, außer dass wir noch angezeigt werden, aber wir bewegen uns auf der Karte kein bisschen. Dann setzen wir einmal einen Block, setzen darauf einen Rahmen und können jetzt noch auf die andere Seite einen Rahmen setzen. Und dann, wenn ihr die Karte in den Rahmen setzt, wird der Rahmen vergrößert. Ihr könnt jetzt keinen Block mehr in diesen Gegenstandsrahmen setzen, da sozusagen die Karte ein Block ist. Ihr könnt aber den Gegenstandsrahmen abbauen und würdet dann die Karte wieder bekommen, wenn ihr im Überlebensmodus seid. Jetzt könnt ihr einen ganz normalen Block hinsetzen. Dieser ist sichtbar. Die Karte ist nicht sichtbar. Aber ich glaube, damit kann man auch sehr viel Spaß haben. Ich hoffe, euch hat dieses Tutorial gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. 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 Amen.